Hallo meine lieben Nosy-Rosies, herzlich willkommen zum Nosy-Rosy-Kanal. Mein Name ist Laura und das heutige Thema ist Stereotypen oder Stereotypen oder Stereotypes. Dürft ihr euch aussuchen. Vorurteile? Kann man da auch so nehmen? Und Klischees? Ich glaube schon. Naja, ich lehne mich heute zurück. Ich bin nämlich heute sehr... Und deswegen lasse ich heute euch mal die Arbeit. Und zwar werde ich euch gleich ein paar Fotos zeigen. Und ihr könnt mir dann in die Kommentare schreiben, welcher Stereotyp, welches Klischee, welches Vorurteil... Was euch als erstes zu diesem Bild in den Sinn kommt. Schreibt mir das in die Kommentare. Und ja, würde ich mal sagen, legen wir mal los. Schreibt mir das in die Kommentare. Schreibt mir das in die Kommentare. Ooh, liebe Zuschauen. I can see the Infinite But it never ends Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020